Wenn du ein Marketingprofi bist und den Mehrwert steigern möchtest, musst du lernen, wie du das Potenzial eines effektiven E-Mail-Marketings ausschöpfen kannst. Diese Zertifizierung ist bewusst so strukturiert, um das E-Mail-Marketing in drei Schritte zu unterteilen. Die ersten vier Lektionen befassen sich mit der Vorbereitungsphase und enthalten Konzepte, die du kennen und berücksichtigen solltest, wenn du deine E-Mails für den Versand vorbereitest. In den nächsten drei Lektionen geht es um den Versand. Hier geht es um Konzepte, die sich direkt auf deine Kontakte auswirken, wenn du auf Senden klickst. Danach lernst du die dritte Phase kennen, Optimierung. In diesen Lektionen erfährst du, was du nach dem Versenden der E-Mail tun musst und wie du die E-Mail-Analysen und Tests nutzen kannst, um deine E-Mails kontinuierlich zu verbessern. Die Zertifizierung endet mit einer Lektion über das kostenlose E-Mail-Tool von HubSpot. Hier kannst du das Gelernte gleich in die Praxis umsetzen. Also, worauf wartest du noch? Beginne jetzt den Kurs und werde E-Mail-Marketing-Profil.